Ja, hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Robins Finanzwelt. Heute habe ich für euch mal eine neue Aktienanalyse dabei und zwar geht es mir hier um die Aktie American States Water Company. Ist ein ganz, ganz spannender Titel. Wir schauen uns auch gleich genau an, was sie machen für diejenigen, die sie nicht kennen. Sie sind ja auf jeden Fall ein spannender Dividendentitel und da auf jeden Fall dabei bleiben. Wir schauen uns mal so ein bisschen das Kurzporträt an, gehen so in die Aktionärstruktur rein und schauen uns da natürlich auch den Chart am Ende an. Das Ganze für euch wie immer kurz, knapp und kompakt zusammengefasst. Also bleibt auf jeden Fall dabei. Wird mega spannend. Und bevor wir starten, würde ich mich wie immer freuen, wenn du jetzt gerne hier ein kostenloses Abo da hast und auch gerne noch die Glocke aktivieren, um kein weiteres Video und auch keine Analyse mehr zu verpassen. Und wenn es euch interessiert, dann schaut doch gerne mal auf meinem TikTok-Kanal vorbei. Auch da habe ich für euch brandneuen Content immer mitgebracht. Und hier könnt ihr einfach mal den QR-Code scannen und landet direkt auf meinem Kanal. Und jetzt will ich gar nicht weiter rumschnacken, sondern wir starten jetzt mal direkt mit der Analyse. Ja, dann starten wir jetzt direkt mal rein hier in die Analyse und gehen mal ins Kurzporträt von American States Water rein. Was machen sie eigentlich genau? Sie sind hier eine Holdinggesellschaft und sie machen hier eben das Thema Wasser-, Strom- und Vertragsdienstleistungen. Wie gesagt, also für die Stromversorgungsbetriebe und auch die Wasserbetriebe und sind hier sozusagen da tätig. Also sie sind auf jeden Fall ein Unternehmen, was für die Wasserversorgung zuständig ist, was auch immer bestehen bleiben wird. Und Hauptbestandteil ist ja wirklich das Wasserthema mit 69,3 Prozent. Und dann folgen die weiteren mit 22 Prozent und 8 Prozent Elektrik. Der komplette Umsatz wird hier in Amerika produziert, das heißt mit knapp 491 Millionen US-Dollar. Also 100 Prozent Amerika, wie gesagt, weil es ja einfach auch eine Wasserkompany ist. Und man verkauft das Wasser hier auch in zehn Bezirken im Staat Kalifornien. Und es ist hier einfach auch ein öffentliches Elektrizitätsversorgungsunternehmen. Das heißt, hier auch im öffentlichen Sektor unterwegs auch einzelne Privatunternehmen mit an Bord. Aber wie gesagt, hauptsächlich der öffentliche Sektor. Und ja, Wasser wird immer gebraucht, Elektrizität sowieso. Und wie gesagt, in dem Dienstleistungssektor haben sie hier eigentlich wirklich so ein gewisses Monopol. Und wie gesagt, sind da in Kalifornien tätig. Was hier auch sehr, sehr spannend ist, ist, da kommen wir nachher auch noch drauf, auf die Dividende zu sprechen. American States Water steigert hier die Dividende seit über 68 Jahren. Jetzt gehen wir aber erstmal auf die Aktionärstruktur. Und wir sehen hier, die Vanguard Group ist ganz oben mit dabei mit 12,4 Prozent. Also wirklich einen sehr, sehr hohen Anteil. Dann auch BlackRock Fund mit 2,6 Prozent mit dabei. Und BlackRock Advisors mit 1,8 Prozent. Das ist mal so die wichtigsten hier in der Aktionärstruktur. Dann gehen wir mal direkt weiter so zum Consent, also zu den Consentschätzungen für die Geschäftsjahre. Dieses Jahr möchte man Umsatzerlöse von 535 Millionen US-Dollar schaffen. Nächstes Jahr bereits 556 und in den kommenden drei Jahren möchte man bis auf 613 Millionen anwachsen. Auch die Dividendenrendite ist nahezu der 2-Prozent-Marke, soll auch schön weiter gesteigert werden. Und das kann auch auf jeden Fall getan werden, denn das Ergebnis der Aktie liegt hier aktuell bei 2,85 geplant für dieses Jahr. Und soll auch die kommenden Jahre stetig gesteigert werden. KGV, Surrounderby zwischen 29 und 28 und auch das EBIT soll hier in den Millionenbereich über 200 Millionen Euro anwachsen. Also ein sehr, sehr ruhiges, solides, beständiges Unternehmen. Keine großen Schwankungen und das schauen wir uns später auch gleich im Chart gemeinsam an. Jetzt springen wir aber mal noch direkt weiter eben in die Dividende, die ja auch sehr, sehr wichtig ist. Und da sehen wir es mal, ich habe es euch mal bis 2012, also so über die letzten zehn Jahre mitgebracht. Die Rendite ist jetzt hier gar nicht entscheidend. Es kommt eben auf euren Einstiegskurs drauf an, sondern wir gehen mal auf die Dividende pro Stück. Da hatten wir noch 2012 0,64 stehen. Und ihr seht, es wurde jedes Jahr angehoben. Mittlerweile stehen wir eben hier bei 1,52. Das heißt, innerhalb von zehn Jahren hat sich tatsächlich die Dividende verdoppelt. Und wenn man hier wirklich mit dabei gewesen ist, dann kann man jetzt keine zwei Prozent, sondern sogar vier Prozent Dividende abgreifen. Wie gesagt, kommt immer auf den Ursprungseinstiegskurs ein. Und wie lange ihr natürlich hier auch mit dabei seid, schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, ob ihr American States Water auf dem Schirm hattet. Ob ihr vielleicht sagt, ihr habt sie auf der Watchlist oder auch eine Alternative, gern unten in die Kommentare schreiben. Aber ihr seht, wie gesagt, wir haben hier sogar einen Dividendenkönig, der über 50 Jahre die Dividende steigert. Und das ist schon wirklich sagenhaft. Und dazu auch noch ein sehr, sehr solides Unternehmen, was in einem sehr sicheren Hafen möchte ich es mal nennen. Natürlich ist nichts hundertprozentig, aber an einem sichereren Hafen liegt. Und dazu schauen wir uns jetzt auch mal den Kurs gemeinsam an. Und wenn wir mal auf den Jahreschart gehen, dann sehen wir eine sehr langweilige Aktie. Aber wie gesagt, mit solider und beständiger Dividende, wie wir gerade gesehen haben. Vor einem Jahr standen wir bei einem Kurs von 74,90 Euro. Aktuell bei 79,08. Und wie gesagt, man geht hier auch von weiteren Dividendensteigerungen aus. Auch das sehr, sehr schön. Jahrestief, auch keine große Schwankung. Bei 67,00 Euro und das absolute Jahreshoch bei 97,00 Euro. Das ist mal so die aktuelle Range. Wir stehen momentan unter der 50- und unter der 200-Tage-Linie im langfristigen Bereich. Das sollten auch unsere nächstgelegenen starken Widerstandszonen sein. Starke Unterstützung wäre hier im Bereich von 67,00 Euro. Aber auch hier, glaube ich, hat sich jetzt gerade so ein gewisser Boden gebildet um die 79-Euro-Marke. Das hatten wir hier auch schon dreimal. Hier hat der Kurs dann gedreht. Und wie gesagt, ist dann sogar in Richtung Jahreshoch nach oben gelaufen. Das mal so zu American States Water. Mich würde, wie gesagt, wirklich interessieren, ob ihr sie kennt. Das mal so eine Kurzvorstellung und eine Kurzanalyse für euch. Ganz kurz und kompakt zusammengefasst. Und wenn euch mein Video und mein Kanal jetzt gefallen hat, dann lasst doch an dieser Stelle gerne ein kostenloses Abo da. Aktiviert noch schnell die Glocke, um hier nichts mehr zu verpassen. Würde mich mega freuen an dieser Stelle. Ja, das war es von meiner Seite. Ich wünsche allen einen schönen Tag. Freue mich aufs nächste Video. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.